Zwei-Schloss-Türverriegelung Der Gefahrenbereich ist hintertretbar. Ein Schlüssel wandert als persönlicher Schlüssel mit in den Gefahrenbereich. Um die Maschine wieder zu starten, müssen alle Schlüssel wieder zurückgeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017